Gut. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Warst du die ganze Zeit bei ihr? Ja. Sie war so verzweifelt. Ich konnte sie einfach nicht alleine lassen. Das hat ihr bestimmt sehr gut getan. Außerdem konnte ich ja gar nicht weg. Deswegen. Stimmt, das haben wir eben in der Hektik ganz vergessen. Ja, aber ich glaube, jetzt muss ich wirklich los. Ja. Die anderen langweilen sich bestimmt schon ohne dich. Herr Doktor, ein Motorradfahrer ist alt. Ich komme. Schönen Abend noch. Tschüss. Mach's gut. Viel Glück. Und die Marktforschung hat bewiesen, dass wir den richtigen Dicher hatten. Ich denke, Sie können den Erfolg ganz allein für sich verbuchen. Die Zeitschrift birgt ein Riesenpotenzial. Oh, entschuldigen Sie mich bitte. Oh, selbstverständlich. Da bist du ja. Hallo. Du siehst zauberend aus. Das Kleid ist dein Traum. Dankeschön. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. So liebt sie das. Tja. Wenn Sie schon so lange mit meinem Mann zusammenarbeiten, kennen Sie ihn wahrscheinlich besser als ich. Da können Sie mir sicher ein paar Geheimnisse über ihn verraten. Das wäre das Ende einer langen Geschäftsbeziehung. Das wollen wir doch besser nicht riskieren. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Du bist wunderbar, weißt du das? Man hat den Eindruck, als wenn du alle hier schon ewig kennst. Ich glaube, da überschätzt du meinen Unterhaltungswert. Oh, ganz gewiss nicht. Hätte sich denn keine Krankenschwester um die Mutter kümmern können? In der Notaufnahme, nein. Da hat keiner Zeit für sowas. Sie sind Ärztin? Das wusste ich gar nicht. Äh, ich nicht, nein. Leonard ist Arzt, der Sohn meines Mannes. Er ist Arzt seit ein paar Wochen aus den Staaten zurück und hat zum Glück gleich eine Stelle in einer Klinik gefunden. Das wundert mich nicht. Die Regina sind hier alle sehr erfolgreich. Frau Jones. Ja, und mit sehr unterschiedlichen Talenten ausgestattet. Carla ist eine schöngeistige Natur, Ansgar ein Zahlengenie und Leonards Leidenschaft geht in Medizin. Na, ihr beiden. Carla? Ja. Und was machen Sie? Ich, ähm, ich leite ein Gestüt. Allerdings nur noch sporadisch. Ja, sie hat auch eine sehr zeitraubende Aufgabe, die zudem unglaubliche Nervenstärke erfordert. Die Frau an meiner Seite zu sein. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin gleich wieder da. Und? Aber siehst du dich? Das geht. Ich war eben noch im Krankenhaus bei Leonard. Hab da einen Notfall miterlebt. Und irgendwie lässt mich das nicht mehr los. Tja, und hier. Irgendwie kommt mir das alles so banal vor. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Bis später. Und? Wie geht's dem Motorradfahrer? Den Umständen entsprechen ganz gut. Wir haben ihn in eine Spezialklinik fliegen lassen. Er wird durchkommen. Und was macht das kleine Mädchen? Die ist noch auf der Intensiv, aber da mache ich mir eigentlich auch keine Gedanken mehr drüber. Es muss ein gutes Gefühl sein, Menschen zu retten. Danke. Genau deswegen bin ich Arzt geworden. Hast du deine erste Schicht nicht überstanden? Ja. Morgen. Morgen. Cecil hat mir schon erzählt, dass man dich gleich voll eingespannt hat. Tja, Langeweile kam nicht gerade auf. Ich habe Bereitschaft. Jetzt sieht aus, als würden die mich brauchen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Sag mal, bedrückt dich irgendetwas? Du warst gestern Abend schon so ein bisschen abwesend. Nein, ich habe gerade nur darüber nachgedacht, wie Leonard in seiner Arbeit aufgeht. Genauso wie Carla und Ansgar. Ja, das stimmt. Die drei sind beruflich selber ansprucht. Ja. Fehlt dir deine Arbeit? Du warst schon längere Zeit nicht mehr auf dem Gestüt. Das läuft doch ganz gut ohne mich. Der Leiter ist ein sehr guter Mann, er hat alles im Griff. Ich weiß gar nicht, wozu ich da überhaupt noch gebraucht werde.